Ja, Johannes Schmidt mein Name. Ich bin bei uns in der Firma Horsch eben verantwortlich für die Hack- und Striegel-Technik und darf mich da mit Themen wie dem Sojahacken hier beschäftigen. Wir haben hier Soja auf 6 Meter Breite in 50er Reihenabstand gelegt. Der ist schon mit einer Herbizidbehandlung behandelt worden und wir haben hier eben heute einmal und das letzte Mal auch gehackt. Wir erhoffen uns dabei eben die Kapillarität zu brechen, sprich eben den Boden vorm Austrocknen zu verhindern. Es ist sehr trocken im Moment, das heißt zum einen muss der Transformer eben dann auch den nötigen Schardruck anbringen, zum anderen soll aber auch das Schar wirklich sehr flach schneiden. Dementsprechend haben wir Gänsefüße verbaut und zum anderen eben auch Häufelkörper. Gucken wir uns das Schar mal an. Da ist es so, dass wir eben einen Federzinken haben, der sehr stabil aufgehängt ist, sprich dass das Schar nach hinten und seitlich stabil läuft, flach schneiden, um die Kapillarität zu brechen oder die letzten Unkräuter raus zu kegeln und dann eben der Häufelkörper hinten dran, damit wir Erde in die Reihe schieben können, um eben das Soja auch nochmal ein bisschen einzubetten. Das können wir uns jetzt hier mal anschauen. Das heißt, wir haben hier jetzt in der Reihe eben schön Erde rangehäufelt. Wir sehen noch letzte Unkräuter, aber trotzdem haben wir hier sauber reingehäufelt. Und ich denke, das passt für einen alleinigen Hackgang. Wir sind kurz vorm Reihenschluss, sprich das wäre jetzt sowieso das letzte Mal, dass wir hätten reinfahren können. Vielen Dank.